zusammen Kilden doch ja meine Güte der Zeit zu killen ach komm Entschuldigung bei mir macht es rum Ja, okay. Wow! Ja! Mein Kühl! So. Wir haben 128 Schuss noch. Lächste wieder. Bei mir hat gerade ein Dachstück. Wir haben das Bein. Ich muss da noch hingucken, weil dahinten war ein Zwei. Wir wissen immer und überall. Nee, war schon kommend. Ja, ich merke das schon. Also wirklich, wie kann es bei einem so langen? Irgendwie glaub ich, dass der nicht von uns ist. Das ist doch ein Riss von uns. Sonst wäre er schon gut gewesen. Äh... Ja. Ja. Würdest du mal bitte mitkommen? Irgendwie habe ich meine Überladung nicht mehr. Nee, nehmen wir doch. Doch, klar. Ladung nicht mehr. Die ladet sich auch nicht mehr auf. Ähm... Moment. Moment. Ich muss gleich... Ich muss gleich noch was machen. Äh... Mein Vogel nervt gerade. Ja, doch, ne? Hört man wahrscheinlich, ne? Bisschen, aber ein ganz kleines Bisschen. Äh... Scheiße empfindet sich. Ich weiß, perfekt. Alter, ne? Da hätte ich einen großen Membraner für den Mal dich so heftig hören. Ah! Ich schufe! Ich schufe! Ich schufe! Ach, ich bin grad zu viel. Ich hab' den Rat. Ich hab' den vierter Platz. Du hast 15 Punkte und bis dritter Platz. Das ist so was mitfällig. Na? 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 Ich muss mich mal langsam vorbereiten. PYRON! Wir haben das zweite Geheimdial sichergestellt. Naja, ich bin erst mal... Ah... Afg. Ne? Also, ähm... Falls du heute noch gegen halb vier online sein solltest, denn, ähm, sollen wir weiterspielen, ne? Ja. Weil dann sind wir vielleicht auf dem Team oder suchen wir uns einen anderen Server aus. Es gibt sauviele Server. Stirb! 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 Ich tue nur noch den kurz killen. Außer der ist mir natürlich abgehauen. Ja, alles klar. YouTube. Tschüssi lief. So, bin wieder da. Und wahrscheinlich bin... Ja, ich bin gestorben. Okay, mach's gut, tschüssi. Ich mach kurz ein Selbstmord. Warte mal, komm mal schnell zum Geheimdial. Du musst mal sehen, was ich hier mit meiner Spitzsacke machen kann. Aber ganz schnell bitte zum Equalite, mit dem Equalite oder was. Ja. Oh ja. Komm, eine Minute, das soll's packen, ne? Ja, voll, ich hab' die Makina noch mal gefunden. Ja, ne, weiß, ich hab' alle items gefunden, die es gibt. Ey, Kanada, äh, ich handel dich gleich mal an, ich will dir was schenken. So, warte, nein, nein, ich bin dich mit dem... Was? Also, bleib mal neben mir stehen. Ich zeig dir mal richtig geilen Effekt. Oh, komm, ja. Warte. Ja, okay. Ciao. Ciao. Alles, das war der Affe 3. Er hat uns verabschiedet seinen Kanal natürlich. Und dann haben wir schlafen können. Das ist gut. Ähm, wir spielten aber noch der Geräuschschraube. Wenn ich dich noch einmal begehen. Ja, ich bin da noch da. Ja. Nein. Ja, wir stehen da auch noch. Also. Ey, ich nehm mal eben meine Hands-Anfrage an. Warte, ich schlafen wir noch. Warte, ich schlafen wir noch. Ja, ja, ich schlafen wir noch. Ja, ja, ich schlafen wir noch. Ah, Moment. Da beende ich dann auch mal kurz. So, äh, sind wir wieder. Also, ich bin da. Also, den anderen hat es leider nicht so gut geklappt. Aber es steht ein 9 zu, ähm, 5 für uns. Das sieht ja ganz gut aus. Äh, äh. Ja, leider. Ja, das schaut nicht so gut aus. Ich weiß. Ähm. Und ja, wir versuchen natürlich unser Kernmaterial, ähm, diese Dings zu verteidigen. Und, ähm, dass die anderen das Geheimmaterial wegzuhalten. Gut. Dann gehen wir noch mal zu einer anderen. Trollen uns. Ach, das hätte ich viel lieber gesagt. Äh. Wir haben das zweite Geheimmaterial wegzuhalten. Ah, es ist bestimmt zur Zeit ihr gestorben, also. Ey, ne, es ist so nervig, wenn man einen zweiten Monitor hat. Da klickt man ja immer aus dem Bild raus. Nein, ich bin jetzt zwei Minuten. Also, ich weiß nicht. Komm, einfach mal jetzt erstmal. Braucht man auch nicht umgewegen. Hm. Erledigt. Juhu. Halt, ich glaube, ich weiß, wo du lange gehst. Was? Ich glaube, ich weiß, wo du lange gehst. Oder lang gehen solltest. Dann wär's nämlich ziemlich schlau. Nein. Na, erste Runde rum. Eins zu null für euch. Ah, ich bin ja gleich. Wuh-hoo! Juhu! Ja. Äh, wie legst du dann die Folge hoch? Äh, 30 Minuten Parten oder 15? Ich mach' einfach nochmal für meine Zurück, aber ich hab' nicht so ne schnelle Internetleite. Ah, so! Aber, die kommen dann erst später, weil ich hab' gerade Probleme mit Sony Vegas. Ah, Ich muss immer so ein bisschen auf meine Maus achten, nicht dass sie schon wieder aus dem Bild geht. Aber schon blöd, dass es jetzt mit dem Handeln nicht funktioniert hat, naja. Oh Mann, bin ich verpeilt. Ah ja, und später irgendwann, wenn du Spiele schon ein bisschen gespielt hast, wird es dir auch schwer fallen. Irgendwann weißt du nämlich nicht mehr, was wir warten, du nehmen sollst. Das ist ziemlich ätzend auch. So geht es mir gerade auch. Ich kann mal eben gucken, wie viel Gegenstände ich insgesamt habe. Ja, 55 Gegenstände, es geht noch. Ah ja, noch ein Tipp, was ich noch nicht wusste, mit dem Spike kann sie Doppelsprünge machen. Okay. Halt einfach zweimal springen. Okay. Ach, du warst der Sniper! Ich habe gerade irgendwie voll Schiss, dass du jetzt mit dem Heavy rauskommst. Vor allem, weil ich nur noch 37 HP habe. Ich bin mit dem Heavy rausgekommen. Aber, ja, ich habe mich erwischt. Ach, du warst der Sniper! Ja, natürlich. Ja, warst du. Der Sprink kann man sich auch zum Beispiel im Kämpfen ziemlich nützlich machen. Ja, ich weiß. Dominiert. Verdammt. Wenn jetzt fragst, was dominiert ist, dominiert ist, wenn man eine ziemlich lange Zeit, ähm, also, jemanden, wenn man halt, ähm, jemanden tötet, ziemlich oft, ich glaube, es sind jetzt drei oder vier Mal, ähm, ohne dass er ihn zuvor killt, ähm, dann wird er dominiert. Und erweitert unser Geheimmaterial gestohlen. Wow! Wow! Was ist bei euch los an der Base? Ja, hat jemand draufgestellt. Ja, ich sehe schon. Da geht's ab, du. Da geht die Party und die Party geht ab. Ja, ich habe ne, auf jeden Fall, Merkel's, wie du. Wenn du stimmst, dann nennen willst du. Ja, ich hab mir auf jeden Fall, Merkel's Idee gut. Und wenn du DIE Pisalt hast, ist es ein Team 23 Alter, ich hab nur noch geballert Oh, habe ich hier was drauf gemacht Kann ich das hier einmal drehe ich jetzt auch? Kann ich unser eigenes nicht aufnehmen? Ne, dein eigenes kannst du nicht aufnehmen Das wird aber, das wird zurückgesetzt nach einer Zeit Darunter ist es schon warm, ne? Oder unten drunter, wo die Punkte stehen Da ist doch so eine blaue Zahl, wenn die abgelaufen ist Ja, okay Wenn die abgelaufen ist, dann, ja dann wird halt das Karmaterial zurückgesetzt Und unser Geheimmaterial ist wieder in der Vase Das ist jetzt los, das ist weg Wow, unsere beiden Besten haben beide 50 Punkte Wobei euer bester, ähm, 51 hat, oder? Ja Ah, und Rauch Wow Ah Boah, ey, ich hasse die Sniper, die immer unten stehen Und oben in dem blöden Foyer stehen Die hasse ich Oben ja, okay Kann ich noch vertragen Alter, man ballert da auf mich Ich hoffe jetzt mal, dass ich auf der nächsten Seite Ja, bin ich Okay Ja, ich bin auf der Seite Jawoll Ne, oben auf dem Dach kann man voll gut campen Wollte ich nochmal an, äh, wollte ich halt nochmal so an, ne? Da hat mir einer den Kill geklaut Ja, ich bin auf dem Dach Ja, ich bin auf dem Dach